Okidoki herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von der Let's play. So. Ja. Übrigens könnt ihr euch mal freuen. Ich habe da etwas vorbereitet für nächste Woche, weil nächste Woche habe ich wieder Ferien. Also heute ist ja der 31.1. Ab morgen also Ferien. Mein Praktikum war ja heute, da war heute der letzte Tag. Und ja, im Rahmen dessen möchte ich nächste Woche wieder eine Art Projektwoche machen. Projektwoche? Also Spezialprojekt, also einfach Specialwoche. Und habe dafür extra einen Server hergerichtet, der etwas Besonderes ist. Naja, in gewisser Art und Weise. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr euch schon mal freuen. Nächste Woche kommt ein bisschen was Spezielles. Aber nur für eine Woche. Danach geht es dann wieder, ist dann wieder kreativste Woche. Also ist bloß eine Woche. Ja. Okay. Wo waren wir? Genau. Wir waren hier. Ähm. Genau. So. Genau. Hier waren wir. Ähm. Ich muss mal überlegen, was brauchen wir hier alles? Wir wollten hier Türen reinsetzen. Dann wollten wir... Ähm. Digga, was ist denn, was läuft da gerade los? Dann wollten wir... Ja, merke ich nicht. So. 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 ein rechner kriegt razzitze wille ich glaube ich mache ich mache nach der auch noch mal das fenster auf du kommst da rein naja sehr viel kann man sich nicht gerade raus also ist ja eher so trauerspiel wir brauchen zwölf eisen für zwei türen genau so dann brauchen wir was wollten wir noch machen die frage ist ob wir dieses wohnkomplex oben auch mit diesem stein machen ich glaube das wird dann einfach zu viel und sie sind kacke aus jetzt noch andere briggs ihr könnt natürlich oben das haus zum beispiel mal aus so einem gestein machen ich hätte gerne halt so was aber ein bisschen kontrast armer es ist halt einfach zu dem mit diesem extrem dunklen rot und dem weißen ist einfach zu heftig andererseits was wir denn zu dem stand am ehesten passend dass ihr oder er nicht so oder versuchen wir mal so was hier Was brauchen wir dafür überhaupt? Ah, okay. Interessant. Können wir ja mal versuchen, dann machen wir daraus das Dach wieder und das hier aber so die Fassade. Die Sache ist, haben wir überhaupt noch so viel... Ja, 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 hier guckt mal. Das passt ja wunderbar schön. So, das heißt, genau. Gucken wir jetzt mal, wie weit wir kommen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Also so von Weitem sieht es schon mal ganz geil aus. Vielleicht reiß ich mal hier vorne noch die Bäume weg, die stört irgendwie so ein bisschen. Ach komm, ehrlich. So, hat man wirklich klarere Sicht darauf, auf das Ganze. So, okidoki, die beiden Türen kommen erst mal hier direkt vornherein, einmal so, einmal so. Dann kommt man hier so hoch, und hier kommt jetzt das komische Steingemisch rauf. Naja... So. Bis in die Ecken gehe. Ich glaube, mal den Ecken mache ich dann doch wieder die Malspiegel hin, äh, also ich diese Stonebricks. Schnauze da draußen. So. Upsala. Mal diese Schwerkraft hier. So, dann brauche ich mal die Stonebricks. Die sind... Ach, ich brauche mehr, ich brauche mehr Gestein. Äh... Oh, die sind doch schon wieder fast leer. Oh ja, ich brauche... Äh, ok, ok. Ich merke schon, ich brauche viel mehr Gestein. Außerdem ist auch mein Schraubendreher fast kaputt. Da muss ich mal einen neuen basteln. Und abends bin ich auch. Oh Gott, ich werde jetzt so viel Action hier. Auf jeden Fall, wenn wir heute auch nochmal hier und in die Mieder reingehen. Oder mal gucken, was wir jetzt überhaupt eigentlich so alles haben an Materialien. Ich verlinke mich in Bezug auf Mese. Mal gucken, ob wir damit schon ein bisschen was bauen. Ja. Ok. Wir brauchen Cleanstormen. Nicht gerade wenig, sondern eher viel. Habe ich hier noch was in den Backpacks? Was? Ne. Äh... Du kommst mal wieder her. Ganz ehrlich. So. Äh... Klingt so. Nein. So. Nein. Nein. Habe ich hier noch was in den Öfen drinne? Nope. Ok. Dann klauen wir uns mal hier ins Deck. Sollte es noch reichen. Und wie sieht es aus mit Ton? Da haben wir gar nichts mehr. Ok. Wir brauchen also definitiv Lehm. Irgendwie komme ich gerade auf Ton. Ist ja ein kompletter Humbug. Mhm. Du kommst weg. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Da. 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 Wachstum. Wachsturm. 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 Wow. Nice. Ja. Ein paar Sachen fehlen da hier noch. Hehehe. Ob wir die raus schaffen? Ne? Ist ja. Bester Freund des... Oh Gott. Ja. Hm. Ah ja. Mit ein bisschen Diamanten kriegt man jedes Mädchen rum. Ähm. Find ich ja nicht so politisch korrekt. Andererseits. Was wahr ist, ist halt wahr. Ähm. Habe ich nicht gesagt. Nein. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht. Nein. 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 Habe ich nicht gesagt. So. Das heißt. Wir brauchen hier. 1, 2, 3, 4. Machen wir vier mal. Machen wir vier mal. 1, 2, 3, 4. Oh doch komm. 3, ach scheiß, doch die Wand dann. 4 1, 2, 3, 4 So, jetzt ist die Frage, sollten wir noch so eine Querstützdinge, also ich mach kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6, der müsste weg 1, 2, 3, 4 Und jetzt nochmal das gleiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, der müsste weg Denn hier vorne, 1, 2, 3, 4, gucken wir mal wie es vom Weiten aussieht Ähm, ne, mal gucken, wollen wir es da noch ein bisschen unterteilen oben Doch, auf jeden Fall, das sieht gut aus Ok, dann machen wir es auch so Sehr schön Haben wir das noch so ein bisschen als Abgrenzung drin quasi So, das müssen wir hier jetzt gleiche machen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ich brauch auf jeden Fall leben 1, 2, 3, 4 perfekt so jetzt ist die frage wie machen wir hier die wände ich würde mal sagen wir nehmen die tatsächlich sogar wieder raus machen eine komplette glaswand hin andererseits vielleicht keine komplette glas waren sondern hier ein reihe hin und dann in der mitte glas andererseits vielleicht ist auch das kacke nehmen wir machen es mal eher so mittelalterlich her danke das heißt so schmale fenster und dennoch auch gitter aber bei gitter kommen wir so viel eisen hier fenster stehen dort die fenster stehen großes fenster stehen mal gucken wie wie heute diese 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 drahtgitter dinger das sind so nein noch mal 1 2 ja das ist intelligent herrn ist halt die tür acht fehlte weg für 60 das geht ja eigentlich doch das geht das kann man machen wir brauchen 16 insgesamt hier acht und dann hat die noch macht ich weiß was ich schon wieder leer hier los so frage ist machen wir jetzt hier also links und rechts und halte vollwand reinziehen an den seiten quasi aber was wir hier machen wird eine andere frage bis da was wir machen wir auf dem schmalen fenster rein so ungefähr ja sieht gut aus ich glaube das ja nicht das ist ein ressourcenverbrauch hier doch wirklich wirklich wundern war schön ich habe ja nicht viele in einrichtung machen das ist eine andere frage weil die folge sind denken so ein komplex werden oder eigentlich eine so eine arbeitsstelle mit der naja so eine art wachtturm will ich jetzt nicht sagen aber halt schon sowas so von auf einer einrichtung her so in die richtung also eher so ein büro dafür ist es nicht so zwei drei schreibtische rein stellen und dann ein paar tische und das war es dann auch schon mehr nicht vielleicht trennen wir die räume sogar noch voneinander ab dass wir hier so eine art empfangen haben hier sind so eine art büro das macht sogar sinn wobei die in einrichtung kann ja ein bisschen moderner sein hat man so wieso nur mit der anderen altbaugebäude wo so die das gebäude selber ist halt altbautechnik aber die in einrichtung ist dann schon wieder sich moderner können wir ja auch so machen müssen wieder aufs dach kommen und das dach zu machen na gut dann kommen wir uns dann bald rum oder machen wir es gleich machen wir es gleich noch mal so ein bisschen wir brauchen definitiv leben so dann kommen wir her so hat habe ich mein placement ja habe ich dabei sehr schön andererseits rechts hat sowieso nicht aus der letzte zu wissen diese dinger hier oder machen wir überhaupt ein spitzes dach doch mal oder doch mal wir machen ein spitzes dach das verleiht dem ganzen noch ein bisschen extra höhe und da haben die steine sogar tatsächlich genau gereicht dann wohl so jetzt ein bisschen leben sammeln wir haben zum glück jetzt eine wunderschöne schüttel und die wir aber auch reparieren müssen so und dann durchqueren wir mal das wasser auf der suche nach schönen schützen so hier hatten wir leben haben wir schon alles auch gott ihr denkt ja auch noch ich glaube ich nicht wieder ab irgendwie war das eine geistes idee naja die nicht so gut durchdacht war wie ich hätte gehabt was auch gewundert war war ja auch eine geistes idee geistes idee ich glaube ich habe so das ist nicht so tief das ist ja scheiße ich muss noch auftauchen fertig die neben leben habe ich mein boot mitgenommen natürlich nicht Oh, das Kies. Ah, das ist lehm. Ah, das ist lehm. Ah, das ist lehm. So. Na, hier ist ein Kies bisschen Leben, das bringt uns nicht wirklich was. So, gehen wir mal da hinten hin, da ist noch ein ganzes Stück Leben. Leider wächst Leben aber auch nicht nach, ne? Das ist ja natürlich noch witziger. Das heißt, Leben ist leider eine endliche Ressource. Ähm, ja. Werden also bald dazu gezwungen sein, für Leben relativ weit zu reisen immer. Oh, das ist schon voll. Dann lagern wir mal ein bisschen aus. Ja. 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 Das ist irgendwo fließendes Wasser? Wer weiß. Das was wir jetzt eigentlich nur, wenn fließendes Wasser irgendwo ist? Bei stillem Wasser so wie hier hat, ähh. Oh, da hat man eigentlich keine Bräuche. So, wie viel haben wir denn? Na, ein Stück rum wir auf jeden Fall noch. Das dürfte meine Schuppe auch mitmachen. Gehen wir mal da hinten hin. Na gut, das ist jetzt ein bisschen sehr wenig. So. Sollte das jetzt genau passen? Hey. Was zur Hölle? Äh. Ah, komm, weg dich. Ach, weg dich. Oh, der kann ich hin. Okay. Muss reichen. So. Länger macht unsere Schuppe nämlich nicht mit. Was heißt, äh, ja. Das muss wohl reichen. Aber aus einem solchen Ding bekommen wir einen Block, soweit ich weiß. Und das ist von daher, ähm... Sollte das gut gehen. Lalalalalala. 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 Lalalalalalalala. so das ding hier ich weiß nicht irgendwie das ist eine schöne idee aber ganz ehrlich ich weiß gar nicht was ich mitmachen soll mit dem gebäude vielleicht reist uns einfach wieder ab vorerst ich könnte mir die kommentare schreiben ob ihr irgendwie witz was man damit machen könnte also jetzt plattformen ja gut aber ganz ehrlich dann packen wir die kacke mal in den ofen voll gucken ob es richtig ist müsste so funktionieren achte die klumpen macht man da rein macht man mit den blöcken warte mal kurz das hier das hier das hier was kann man damit machen ok bitte brauchen wir die dinge also so gar nicht da müssen wir die also wieder zu diesen einzelnen dinger machen interessant na gut kann aber passieren so hier oben mit danke 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 du da rein 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 und du da rein so und wir sagen bis zur nächsten folge schau mal schau mal schau mal Vielen Dank.